Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play New Super Mario Bros. Und zwar gehen wir jetzt Lakito besuchen im Lakitos Garten. Das Ganze mit dem Scherrn Mario. Boah, er springt aber geil gerade. Ach, das brennt jetzt schon nix. Ach, schade. Ach, dieses Level hab ich irgendwo schon mal gesehen. Oh nein. Oh, gut. Ich glaub, ich muss irgendwo hier hoch. Schneller, Wolke. Schneller. Schneller, schneller, schneller. Schneller. So. Sagen wir mal erstmal so ein großes Schienterlchen. Oh nein, da hab ich schon... Oh nein, Lakito. Geh mal nicht auf den Sack. Bitte nicht. Jawohl, das ist ein Pilz. Der geht nach links. Yes. Oh nein. Das lässt du gefälligst sein, solche Pflanzen für mich irgendwo hin zu platzieren. Ja, genau. Hier war eine Röhre. Oh, da komm ich da nicht rein. Komm ich da nicht rein. Hier ist doch irgendetwas beschimpft. Oh, das war riesig. Das war mit sehr, sehr viel Risiko verbunden. Ja, genau. Ein bisschen Rennen hier, dann klappt das nicht da besser. Nein! Oh Gott, ey. Das war ein schweres Level. Für mich natürlich. Gehen wir aber nochmal rein. Da war da oben dann gar nichts in Lakitos' Garten. Also brauchen wir diese Wolke am Anfang nicht. So, komm schon. Gib mir einen Pilz. Danke. Weiter geht's. Wo, ich hab mich echt, glaub ich, in diese Melodie verliebt. Ach, beruhig den Asch schon wieder da oben. Aber diesmal bin ich da runter. Ach Gott, ey. Was mach ich denn jetzt? Ach, die Fellrate nimmt, glaub ich, wieder bei mir zu. Oh, der Lakitos skürt mich echt ein bisschen. Let's go! Los geht's jetzt. Ey, jetzt kann es echt nicht sein hier, dass ich jetzt schon am Anfang dieses Levels verkacke. Wie soll es denn so am Ende des Levels aussehen? Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ganz relaxed gehen wir das jetzt an. Boah. Jawohl, diesmal hab ich ihn berührt. Ohne Probleme. Opa, du musst nicht tanzen. So. Jawohl. Ich bin nur der Feuer- Nee, der Eisteufel-Person. Runter, raus hier. Ach Gott. Alter, ich muss da wieder raus. Gehen wir jetzt mal hier runter. Gehen wir anders raus hier. Jawohl. Machen wir das Ganze so mit Lakito. Nehmen wir die Münzen hier oben mit. Für ein paar Level-Ups. So, ich darf natürlich hier nicht irgendwo gleich runterfallen. Oh, ich gearscht bin. Ach Gott, nochmal. Was ist denn heute wieder los hier? Hab ich hier irgendwas getrunken oder was? Komm, brennen wir mal ein bisschen durch hier. Da, ja, 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 jawohl. Ist mich wieder groß. Ich brauche, glaube ich, Lakito wieder. Ohne, da oben war ja noch gar nichts. Wir sind ja erstmal hier in der Skelle. Okay, ich kann da nicht runter. Okay, wie komme ich an den dran? Komm her. Power. Verdammt, das war nicht clever. Ich muss hier oben stehen. Kommst du rüber? Kommst du mal richtig rüber, Lucky? Ja, ganz toll, ey. Alter, ich wollte doch nur die Wolke haben. Mehr wollte ich doch gar nicht, ey. Von dir. So, jetzt aber. Jetzt müsst ihr wieder diesen Checkpoint raus... Jawohl, genau. Ja, aber jetzt kleiner. Na gut, da ist ein Pils dann jetzt drin. Vielleicht kriege ich hier sogar nochmal ein Level ab. Weil ich es nochmal genauso gut anstellen kann. Nein, kann ich nicht. Äh! Das war ein Wahnsinnssprung. Da erschwert mich ja echt, der Lakito. Ist mich aber klein geworden, verdammt. Ja, genau, hier oben ist was. Ich wusste es. Ich wusste es. Irgendwo hier oben ist etwas. Die Entwickler können von mir nichts verschicken. Jawohl, haben wir. Jetzt haben wir jetzt nur die paar Münzen hier ein. Gott, ey. Bin ich heute schlecht. So, wir haben ein Level ab. Das reicht. Raus hier. Raus hier und nicht verkacken. Zack. Nein, nicht schon wie ein Lakito. Jawohl, diesmal perfekt erledigt. Ich habe die dritte Münze eingesammelt. Wie habe ich das geschafft? Könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben, wie ich das geschafft habe. Oh, das wäre jetzt easy. Yeah, level up! Ich habe ge-be-endet. Und zwar ohne große Probleme. Hippie-duppie-du. So, wir könnten es den nächsten Bosskampf machen. Waren wir aber jetzt noch nicht. Wir gehen erstmal hier oben lang. Und zwar in Spikestandkasten. 25 Leben habe ich schon. Geil. Ach Gott, ey. Keiner Hobbys, oder? Jawohl, Pils kann ich gut gebrauchen. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, wieso das sonst gehen. Ich habe mich echt in diese Melodie verliebt. Okay, jetzt sind wir hier oben. Das reicht. Aber die Zeit, glaube ich, wird auch nicht mehr für mich. So, elegant erledigt. Das Leben sieht noch einfach aus. Turnock-Off sah einfach aus. Nein! Aber du, wenn ich springst, Mario, ey! Wartet mal, wir könnten auch ein Inventar nehmen. Und wir nehmen das hier einfach. Perfekt! Ja, let's go! Dann müsste ich das eigentlich locker schaffen. Tunnel liegt aber auch locker. Locker, flockig! Man muss jetzt die Items auch mal einsetzen. Würde ich mal vermuten. Oh, verdammt! Das ist erstmal nicht klar. Aber ich muss nochmal nach unten. Dann nehme ich euch die Münzen auch noch mit. Ach Gott! Okay. Ja, wir haben es geschafft! Glück gehabt! Okay, darum ist nix. Ist da irgendwas Besonderes drin? Okay, nehme ich jetzt mal nicht mit. So. Ach Gott, falsche Taste. Ich muss erstmal wieder Anlauf nehmen. So. Neun! Okay, jetzt gebe ich hier hoch. Einmal. Zweimal. Dreimal. Hä? Jawoll. Perfekt. Daumen ist nicht ohne Grund. Na, rein mit dir! Alter, du sollst da rein, Mario! Ah, Mann, ist das ein Checkpoint hier? Da ist nicht ohne Grund, ne? Na gut, dann eben nicht. Oder ich komme da bestimmt irgendwo raus. Uuh! Nein! Na, jetzt nehme ich das Ding mit. Wenn ich da nochmal hochkomme. Okay, das ist das Eis-Ding. Machen wir es mal das hier. Zack. Zack. Nein! Oh, weil du nicht hochgesprungen bist, Mario. Ganz einfach. Glück gehabt. Alter! Nein! Genau im falschen Augenblick holt er sein Ding da raus. Jawoll. Die Flüge sind weg. Aber mal in die Richtung. So, mit mir. Okay. Oh Gott, das ist ja immer... Arschge... Ma... Oh. Arschgemei... Aber wie komme ich da unten hin? Warte, gute Frage. Oh, ich komme und weiß es jetzt nicht. Ich will es doch jetzt nicht ausprobieren. Ich möchte jetzt einfach mal versuchen, dieses Level zu beenden, ohne irgendwo groß zu failen. Uah! 400 Punkte, aber wir haben das so bis gecliert. Oh! Mario time! Eine Münze habe ich gewonnen, die zweite habe ich gesehen, die dritte habe ich... Gar nicht gesehen, nein. Schade. So, dann haben wir jetzt wieder einen Bosskampf vor. Mottons Pressfestung. Wir werden gepresst. Und ey, die schimpieren sowas mit Lava, ey! Oh, Spiel, du kannst mich richtig nerven mit Lava, weißt du das eigentlich? Okay, hier komme ich wieder runter. Gib mir den Pilz, genau, gib mir den Pilz. Gib mir den Pilz, gib mir das Geld. Nein! Dreck, ey. Okay, kommst du bitte, danke. Ruhig bleiben, ruhig, Brauner! Ruhig, 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 ruhig. Puh, den kann man nur lähmen, oder was, ja. Scheint wohl... Warum machst du einen Wandsprung? Habe ich dir das befohlen? Nein. Wer ist das denn da? Mopsi wieder. Dann machen wir das jetzt noch schnell. Den Mopsi hinlegen. Also rein da. Schnell Mopsi jagen. Und dann beenden wir diesen Part. Fah Mopsi, ja ich fange ihn. Los geht's, renn, 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 renn. Mario, renn um dein Leben. Ich hab mich hier gerade an Schkellen auf. Tret' ich nochmal um. boah wie gemein war das denn vom spiel noch mal der schwerer zu jagen geht doch ein größerer vorsprung als andere gehabt es geht mal gar nicht gut hier unfair los geht's ja genau genau erst mal fünfmal und dann mal schauen scherz lakitos garten und wenn ich den gefangen haben wir auf jeden fall ein item gott du musst echt mal lernen schneller zu springen der knabe drei versuche gehabt egal man meister die mortens festung der presse festung was haben wir denn hier gar nichts okay egal dass jetzt noch mit die aufnahme das mal länger ein längerer partein ich bin hier erst mal die aufnahme genau sagt dann bis zum diesmal wenn sie das let's play super mario boss für die video